Musik Der nächste Kampf auf Mante 3, Flora Heinig ist vom Grünweiß-Wasserhahn in Sassimitgasse, der ist vom Mervo. Ich habe mit der Abi Hützen, ich wollte noch mal zum Luis fahren. Ich weiß nicht, ob wir uns hier zumachen mit U-Hamen oder U-Hamen. Das ist sehr gut. Das kann aber jetzt noch nicht das Finale gewesen sein. Ich weiß, ich müsste es mal durchrechnen. Aber es schaut schon sehr nach Ringen aus, was er da macht. Das ist der letzte Mal schon.